Die Zweitligasaison 2022-2023 hat mittlerweile begonnen und anlässlich dessen gibt es heute mein erstes Trikot-Ranking. Und zwar ranke ich heute die Heimtrikots aller Mannschaften, beginnend von unten nach oben, also vom schlechtesten bis zum besten Trikot. Ich werde jeweils nur ganz kurz auf das Trikot eingehen, ich meine das ist ein subjektives Video. Ich sage einfach was gut oder schlecht ist und werde jetzt nicht alles elendig lang beschreiben. Auf Platz 18 habe ich St. Pauli, es ist zwar lobenswert, dass sie das Trikot selbst entworfen und herstellen lassen haben, dennoch gefällt mir das Design einfach nicht. Es ist halt komplett braun gehalten und dann sind da ein paar hellbraune Striche, völlig willkürlich, finde ich einfach nicht schön, deshalb Platz 18. Auf Platz 17 habe ich den SV Darmstadt und da gefällt mir die Farbgebung eigentlich nicht wirklich. Das dunkle Blau und dann das hellere Blau und dann keine Ahnung, was das in der Mitte ist, finde ich einfach nicht schön, was da hinter dem Sponsor abgeht, deshalb mein Platz 17. Auf Platz 16 habe ich dann den KSC, das Trikot ist an sich recht schlicht gehalten, es ist auch innovativ, da die Embleme der Ursprungsvereine drauf abzubilden. Aber der Ärmel, was ist das? Ich finde es schrecklich, wenn da solche Zeichen auf dem Ärmel sind. Ich weiß nicht mehr, was es ist. Ist es Werbung für einen Sponsor? Auf jeden Fall ist es auch noch der Trikothersteller. Aber ich finde es halt einfach schrecklich, egal was es jetzt darstellen soll. Also das waren für mich so die schlechten Trikots und jetzt kommen wir so in ein Segment der eher langweiligen bzw. nicht ganz so gut gelungenen Trikots und starten dabei auf Platz 15 mit der Fortuna aus Düsseldorf. Da muss ich sagen, das dunkle Rot gefällt mir an sich nicht so. Es ist zwar recht schlicht, aber ich finde die weißen Streifen nach unten jetzt auch nicht wirklich ansprechend und deshalb mein Platz 15. Auf Platz 14 ist es eigentlich das gleiche Spiel, nur in Blau, nämlich bei Magdeburg. Ja, die haben zwar noch weiße Ärmel, blaues Trikot und dafür weiße dünne Streifen nach unten. Finde ich einen Tick besser von der Farbgebung her, aber eben auch nicht wirklich gelungen. Als nächstes haben wir dann auf Platz 13 das Trikot von Sandhausen und ja, es ist ziemlich schlicht, weiß und schwarz, aber für mich halt zu langweilig, dass es hier höher gerankt werden sollte. Dann habe ich als nächstes auf Platz 12 Hannover 96 das neue Heimtrikot. Ist komplett rot gehalten, aber mir gefallen die Kästchen unten nicht, auch dass die so schräg angeordnet sind. Alles in allem finde ich es auch kein überzeugendes Trikot und auch eher einfallslos. Auf Platz 11 habe ich dann ein Trikot, das eigentlich jedes Jahr ziemlich ähnlich aussieht bei dem Verein und zwar das von Jan Regensburg. Dennoch finde ich, dass es auf jeden Fall besser ist wie die vorherigen, weil ich finde die Farbgebung passt einfach. Auch das Zeichen von Netto passt von den Farben her eigentlich perfekt dazu. Auf Platz 10 ist das Heimtrikot von Arminia Bielefeld. Finde ich eigentlich, ja, ist okay. Blau, schwarz und weiß, die Vereinsfarben passt zusammen, haut mich jetzt aber nicht wirklich vom Hocker. Kommen wir nun also zu den nächsten Trikots und zu den nächsten drei, da kommen jetzt Trikots. Die gehen klar, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Da habe ich dann auf Platz 9 das Trikot von Kaiserslautern, auch hier ähnlich wie oft, aber gefällt mir. Der Trikotsponsor ist von der Farbgebung her ein bisschen ein Dorn im Auge, aber ja, es ist schlicht und eigentlich langweilig vom Ding her, aber es gefällt mir und deshalb mein Platz 9. Dann als nächstes auf Platz 8 habe ich das Trikot vom Bundesliga-Absteiger von der Spielvereinigung Fürth. Die Vereinsfarben sind drauf, grün und weiß, finde ich ganz ansprechend. Sponsor passt von der Farbe nicht ganz so, aber alles in allem echt ein solides Trikot, würde ich jetzt mal sagen. Auf Platz 7 habe ich dann noch ein weiteres Trikot, was so vom Ding her klar geht und zwar das von Holstein Kiel. Und ja, ich kann eigentlich gar nicht viel zu sagen. Mir gefällt einfach die Farbgebung, die Farben harmonieren, trotz dessen, dass es so viele unterschiedliche sind. Deshalb mein Platz 7. Kommen wir jetzt also zur Top 6 und somit zu Trikots, die mich allesamt richtig überzeugt haben, allesamt gut sind. Dennoch gibt es eine Reihenfolge und das Schlechteste von den Besten ist das vom SC Paderborn. Ich muss sagen, wenn solche Streifen breiter sind, gefällt es mir viel besser. Das werden wir auch bei einem weiteren Trikot sehen und wenn sie so klein sind, gefällt es mir halt einfach nicht. Haben wir schon bei Düsseldorf und Magdeburg gleich am Anfang gesehen. Und ich finde die Farben passen gut zusammen. Schwarz und das dunkle Blau echt ein gutes Trikot. Auch der Kragen passt. Gutes Trikot. Platz 6 verdient. Nun also Platz 5 und das ist glaube ich so ein Trikot. Entweder man mag es oder man mag es nicht. Mir gefällt es auf jeden Fall und zwar das neue Trikot von Eintracht Braunschweig. Ich finde das Muster, finde ich einfach schön. Und Blau und Gelb in der Kombination passt eigentlich echt gut zusammen. Der Sponsor vom Trikot ist auch kein Dorn im Auge. Wurde gut integriert und deshalb echt ein gelungenes und gutes Trikot. Auf Platz 4 habe ich dann das Trikot vom 1. FC Nürnberg. Und da muss ich mal sagen, als ich das Trikot das erste Mal gesehen habe, hat es mir gar nicht gefallen. Ich dachte ich packe das, wenn ich das Ranking mache, ganz nach unten. Also ziemlich weit nach unten. Aber umso öfter ich es mir angeschaut habe, finde ich das echt so ein schlichtes, aber gutes Design, was von den Farben her echt gut passt. Mir gefallen extrem die weißen Streifen von Adidas am Ärmel. Finde ich alles in allem echt ein schönes Trikot, wenn ich es mir jetzt mal öfters angesehen habe. Auf Platz 3 kommt dann das Trikot vom HSV. Das Trikot von Hamburg gefällt mir echt gut. Das Weiß und das Schwarz und das Blau passt perfekt. Die Vereinsfarben. Auch hier gefallen mir wieder die Adidas Streifen am Ärmel echt gut. Und die Farben harmonieren perfekt. Sponsor ist auch kein Dorn im Auge. Echt gutes Trikot. Auf meinem Platz 2 habe ich den FC Heidenheim. Wirklich schönes Trikot wieder mit den breiten Streifen. Und die Kombination der roten und blauen Streifen in Anlehnung an das Bayern-Trikot, was die mal als Heim-Trikot hatten, gefällt mir echt gut. Passt ja auch zu den Vereinsfarben. Mir gefällt außerdem das Weiß. Alles was weiß ist, was zeugt so ein bisschen für einen Kontrast. Wirklich schönes Trikot. Gefällt mir richtig gut. Kommen wir also zu Platz 1. Und das ist ein Trikot, was ich als Freiburg-Fan eigentlich echt gut kenne. Denn es ist das neue Trikot von Hansa Rostock. Und die haben genau das gleiche Design vom Heim-Trikot wie der SC Freiburg letzte Saison. Nur, dass das Ganze in Blau statt in Rot ist. Dazu muss ich jetzt auch sagen, als Freiburg-Fan fand ich das Freiburg-Trikot schon echt gelungen. Habe es auch selber. Ist richtig nice. Nur der Sponsor war da so ein Dorn im Auge. Was aber bei Rostock allerdings nicht der Fall ist, meiner Meinung nach. Ich finde, der Sponsor passt rein. Stört nicht. Und deshalb wirklich ein schönes Trikot. Sehr, sehr nice. Gefällt mir. Und deshalb letztendlich dann auch auf meinem Platz 1 des Trikot-Rankings der 2. Bundesliga. Schreibt mir liebend gerne eure Meinung zu meinem Ranking in die Kommentare. Und gerne auch euer Ranking. Welche Trikots gefallen euch? Welche nicht? Lasst es mich gerne wissen. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Abo und ein Like da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao. Dann gleich noch mal. Vielen Dank.